Ja, machen wir. Mache ich auch. Also, guten Tag. Wir sind wieder bei der Scambit. Heute mal ausnahmsweise. Und wir sind im Land der Furries unterwegs. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier gestorben bin. Habe ich gesagt. Habe ich einfach irgendwo Ende gemacht? Das ist gar nicht mehr. Na. Genau reingerollt natürlich. Komm. 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 Ich glaube ich muss gleich auch wieder meine meine Steuerung ändern. Gott sei Dank haben wir mittlerweile wieder genug Federn. Es ist ganz gut zwischendrin mal wieder alle Federn zurück zu kaufen. Packen greifen. Also. Also. Das haben die irgendwie beim letzten Update nicht hingekriegt. Das irgendwie packen greifen immer auf derselben Taste bleibt. Oh immer. Ich finde auch völlig faszinierend, dass ich dieses Spiel quasi fast mit einer und derselben Waffe hier bestreite. Amarok Bogen. Den gucke ich mir direkt mal an. Bogen. 10 Schaden. 14 Tag habe ich nicht. Kann ich hier durch? Nee. Nee. Der ist glaube ich. Nee. Der ist zu weit weg und zu hoch und zu alles. Aufpassen auf die Eispickels. Vorsicht vor diesen Death Rays. Die Feinen lösen wir mal per Bogen aus. Davon haben wir auch schon eine Milliarde Stück. Zur Sicherheit töte ich ja alle Furies. Weil das sind einfach zu viele auf einen Haufen. Die würden uns sonst von allen Seiten füsten. Einmal ein Skill hier. Macht mittlerweile auch richtig viel Bums. Aber ich will irgendwann mal auch einen neuen kaufen. Bei mir eigentlich benutze ich ja nur den ersten. Schon das ganze Spiel über. Hier tun wir rasten. Und hier laufen wir einfach ganz locker durch. Amarok Schlüssel erforderlich. Das ist nichts besonderes. Haben wir eigentlich schon einen Schlüssel für die. Amarok Schlüssel erforderlich. Also den brauchen wir noch. Amarok Schlüssel erforderlich. Haben wir da links eigentlich schon. Warum komme ich hier nicht hoch? Die müssen immer einen Weg geben. Amarok Schlüssel erforderlich. Ja. Äh. Ja. 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 Hinterall! Aber. Eigentlich sind die Dicken gar kein großes Problem mehr. Geil Immortalitätsstein Was ist das? Ein Stein durch die legendäre Kräfte strömen Mächtige Schmiedemagier können sich die Eigenschaften des Steins zu Nutzen machen Und damit Ausrüstungsteilen Zauberkräfte verleihen Wird der Stein als Objekt verwendet, verwandelt er sie in 1000 Scherben Den Legenden nach zeigt sich dieser Stein, wenn er mächtiger und sterblicher Kurz nach seiner Wiederauferstellung erneut getötet wird Aber wir können den entweder benutzen und 1000 Scherben machen Oder den auf einen Ausrüstungsgegenstand machen Wie die Seelensteine Von denen ich immer noch nicht weiß, wie die eigentlich funktionieren Und ich mag über dieses Spiel eigentlich gar nichts lesen Weil ich das so blind wie möglich durchspielen will Was haben mir diese urtümlichen Symbole zu sagen? Ich habe keine Ahnung Amarok-Schlüssel Es geht kein Weg dran vorbei Ich brauche den Amarok-Schlüssel Oh, den verwenden Boom Ah Schau mal, einer guck Ob ich das vor dem ganzen Metallamus eigentlich hätte machen können? Ich weiß es gar nicht. Also vorher bin ich darauf nicht gekommen. Oh, da ist sie an der. Ah! Okay. Das ist echt schön hier. Ah! Diese Affen. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Entweder Terminator oder Steinzeit Junior auf beides an spielen. Sieht böse aus. Kern, Herr der Tundra! Bozzi, Bozzi. Plötzlich, äh, Bozzi. Ah! Der Tod nimmt dich mit. Das habe ich festgestellt. Schön! Affen. Wir gehen jetzt von der Seite hier durch. Okay. Wir lösen die andere Statue aus. Weil die ist einfach näher. Da müssen wir nicht immer da überall durch. Levelaufstieg ist auch möglich. Erhöhen die Kraft um einen Punkt. Auch immer wichtig. Man sollte sich bei Souls-Likes, wenn man aufsteigt, immer auf zwei Statuswerte konzentrieren. und vielleicht noch sowas wie Vitalität. Aber ansonsten sollte schon wissen, ob man eher einen auf Magie macht oder halt auf Schaden oder halt auf Aushalten. Also, ich habe auf Ausdauer und Kraft geskillt. Also, Stamina und ordentlich Wumms hinter der Axt. Ja! Ja, ja, du kommst wieder aus. Body, Body. Gucken, was man überhaupt machen muss, wenn hier die Plattform verschwindet. Wie gesagt, ich weiß, bevor das Spiel in die Beta kam, wurde dieser Boss, glaube ich, am meisten gespielt. So, um zu zeigen, wie das Spiel überhaupt so aussieht und so weiter. Aber ich habe es mir halt nie ganz angeguckt, weil ich halt einfach sehen wollte. Aber vielleicht kann ich auch verhindern, dass die Plattform absinkt durch irgendwas. Aber das will ich halt selber herausfinden. Nicht, dass irgendein schlechter Let's Player mir das sagt. mich, die das alles selber wissen. Ah, ich glaube, ich kann die Plattform ausbalancieren, indem ich immer hin und her springe. Boots und Boots. Boah, macht man der Quiekt aber lustig. Klingt fast wie Cookie, unsere älteste Katze. Kater. Das scheint wirklich so zu sein. Ich kann die Plattform hier austarieren. Ah, scheiße. Ja, 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 ja. Äh, gut. Da muss man aufpassen, ey. Ich bleib mal ne Weile hier. Lustig, der Quiekt. Er sieht aus wie ein Monster aus der Hölle. Aber Quiekt wie so ein kleines Spanferkel. Na gut, wenn ich so ne fette Axt plus 10 in die Fresse kriege, mach ich wahrscheinlich auch komische Geräusche. Müsste ich mal ausprobieren. Ja, aber das sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Was macht er jetzt? Ey. Was ist los? Kommen wir da runter. Affe. Stell dich deiner Verantwortung. Weil es beginnt hier ein Bossfight und dann, äh, hier, ja, aber ich schweb mal hier acht Meter über dem Erdboden. Na, wichtig ist nicht, wer den Bossfight beginnt, sondern wer ihn beendet. Ja, das war auch gut. Wer ist das schon wieder? Losbinden, heißt sie. Oh, meine armen Knochen! Nichts für die Gebetsstunde, diese rückständigen Kreaturen. Gib mir einen Moment, damit ich mich erholen kann. Ich bin nicht einfach nur ein alter Eremit. Ah! Du findest mich hinten im zentralen Heiligtum. Zum Dank zeige ich dir, wie du deine Objekte verzaubern. Ah! Seht ihr? Mit dem kann man das also machen. Geil ich hier durch. Amarok. Ah! Das ist der Amarok-Schlüssel. Geil! Ja, jetzt kann ich hier umherstreifen und alles öffnen. Sauber. Hehehe. Was ist das? Zaghafter Mut, oder ist super? Äh... Ja, den lege ich an, weil er gibt mir glaube ich einen Boost auf Vitalität. Vitalität um 15. Ja, Schaut mal hier links. Vitalität plus 33 nur durch Ausrüstung. Ist das nicht was? Das ist doch was. Aua. Oh, was ist das? Seelenstein mal drei. Ja, damit kann man ja auch Ausrüstung aufwerten. Da bin... Der Typ hat ja gesagt, er wartet dann am Main Sanctuary auf mich. und ich bin wirklich sehr gespannt, wie ich dann Ausrüstung aufwerte und was das überhaupt ist. So, die beiden befreie ich mal. Möge Mistra dich segnen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort werde ich mein Versprechen einlösen. Genieß deine Zeit hier, Grimm Gaut. Meinte sie, glaube ich, India. Puh, ich hatte schon Angst. Machen wir uns schnell aus dem Staub, bevor die Amaroks uns wittern. Ja. Weiß nicht, vielleicht sollte ich gleich erstmal zum Main Sanctuary zurückkehren. Aber ich glaube, wenn ich hier lang gehe, dann mache ich glaube ich einen kompletten Kreis. Oder? War doch so. einmal zurück zum Main Sanctuary. War rechts richtig? Nee, nee. Das war falsch. Hier kriege ich nur auf die Fressen. Schöpige Schnecke. Hier glaube ich geht es zum Main Sanctuary. Nein. Ging es nicht. Weg war jetzt für den Arsch. Aber hier komme ich irgendwie dahin. Das weiß ich noch. Muss ich hier rechts gehen. Und dann kommt irgendwann die Riesenleiter. Ja, hier haben wir den Ollen King besiegt. So viele Erinnerungen. Längs. Die Riesenleiterung. Hier längs. Die Riesenleiterung. Hier längs. auch wirklich schön wie man aus jeder region wieder in dem mann kreis macht wieder zum ausgangspunkt zurückkommt erstmal rasten und jetzt mal gucken wo die neuen typen hier rumstehen sie ist immer noch tot entschuldige du hast mich gerettet und ich habe mich noch nicht vorgestellt ich bin die meria von der frühlingsinsel mistra ich will dir wie versprochen ein paar dinge beibringen sollen wir anfangen ok also hier kann ich neue fähigkeiten erlernen das ist Ione wo sind die anderen ich habe da hier irgendwie drei leute gerettet ach guck einer zumal gehilfe des todes zu deinen diensten hat er dich auch einen vertrag unterschreiben lassen was bitte nein ich wandle auf dem fad der spiritualität das ist eine verbindung für die auserwählten zu denen du zählst ich kann waren in einem inventar entzaubern mit dem richtigen material kannst du deine ausrüstung verbessern außerdem kann ich dir tipps dazu geben wie du mit deiner unsterblichkeit umgehen kannst oder komm einfach vorbei und wir machen ein bisschen ramba zamba geht auch du hast in einer kurzen zeit hier schon viel erreicht sitz dich einen moment zu mir zu meditieren in diesem ort könnten jetzt paradiesische zustände herrschen ha selbst wenn siradon nicht rundum belagert wäre ohne den stachel der sterblichkeit stagniert das leben mag sein doch mit der verteidigung dieser ländereien haben diese unsterblichen wieder einen neuen sinn gefunden jipp sieht so aus als wären die unsterblichen ein schönes kanonenfutter war jetzt nicht böse gemeint punkt 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 sag mal hast du bei diesem vertrag neben deiner seele auch deinen sinn für humor abgegeben komm schon wenn es hart auf hart geht muss man ab und zu auch einfach mal drauf loslachen ich frag nicht wie kann es sein dass sie für die unsterblichkeit nur das hier geben müssen die unsterblichkeit allein macht keine großen namen darüber solltest du vor unserem nächsten gespräch meditieren ich muss mich wirklich jetzt um meine blumen kümmern äh hast du nicht gesagt ich kann hier meine ausrüstung verzaubern ich will mit dir nicht quasseln den will ich mal verzaubern mit 3 seelensteinen Zunderbogen plus 1 Ah, so funktioniert das also Ähm, wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? So, mit einem Plus 4 auf plus 5 Okay, da ist nicht genug Seelensteine Ja, wenigstens habe ich den Zunderbogen Ja, guck ich Kann ich nicht, ich habe doch noch so ein anderes Ding hier Den hier Ja, dann Macht schon mal ein bisschen mehr Schaden Das ist ja gut So, ich werde jetzt mal gucken Ähm, Ausdauer Für meine Anderen Federn brauche ich 575 Aber da war doch noch Noch ein Typ Der hier jetzt rumsteht eigentlich Oder nicht Usteden Ich glaube Kinders als nächstes Gehe ich in die Dunkelheit Ich weiß aber nicht Ob das hier der richtige Weg ist Ehrlich gesagt Guck mal wie lang mein HP Balken Jetzt schon ist In wie vor ein Witz Über die Länge von Dingen Ich glaube Das sieht ziemlich dunkel aus Ich glaube das ist der Weg in die Dunkelheit Ja Einbruch der Dunkelheit Instant tot Deine Waffen kannst du mit Hilfe meines Dinas Zuma verbessern Statt ihm einen Besuch ab Hab ich doch schon Und wir dreien es nochmal Wann wird der eigentlich nicht vergiftet? Oder ist der wirklich nur Eine Rüstung Ja auch sein bei Dark Souls Weil ich mir Ah Boah ist so groß Kinas Ich höre die ganze Zeit Stimmen Sie sagen Ich soll weiter trinken Gut Fähigkeit erlernen Schräg Schnitt Wir brauchen Großhammer Großhammer Spaltwurf Führe aus einer größeren Distanz Einen Wurf mit der Achse aus Das klingt doch gut So Wie kann ich eigentlich Fähigkeiten ausrüsten? Oh ich habe einen Talentpunkt Sieh mal einen an Ähm Ja Das mache ich Ich habe keine Ahnung Wie kann ich Skills ausrüsten? Oder ist es einfach nicht möglich Gerade für mich ein Skill ausrüsten? Seelenstein plus 5 Und ab in die Dunkelheit Das ist ein Fehler von uns Also mittlerweile bin ich schon Ziemlich heftiger Motherfucker Ehrlich gesagt Wenn mein Gamepad nicht ausgeht Tja So aber das kommt mir gerade ganz recht Dass ich wieder hier bin Weil dann kann ich wieder Meine fette Axt verzaubern Ich habe doch voll viele Seelen Die 6 32 brauche ich dafür Was ist los? Okay Kann ich meinen Ah den kann ich verzaubern Wie viel brauche ich? 32 brauche ich davon Das ist bescheuert Okay Den kann ich erhöhen Mit 2 Ich habe die ausgerüstet Ähm Ja dann brauche ich das halt So Ähm Ich habe die Nummer 2 von 4 Dafür brauche ich 4 Okay Okay Das ist meine Aura Hey Das verstehe ich manchmal nicht Warum Ähm Auren verschwinden Dann rüste ich halt die aus Ja Das habe ich schon ausgerüstet Hier Ich muss meine Steuerung Wieder neu konfigurieren Äh Damen und Herren So Springen Ausweichen Packen Verwenden Ja Man Vielleicht kann ich ja Durch das meditieren Äh Fähigkeiten ausrüsten Okay Ich dauere meditieren Okay Blüb Hier muss man auf jeden Fall Versuchen Äh Nicht vergiftet zu werden Weil Gift ist Superscheiße Ist einer der behindertsten Statuswerte hier überhaupt Und vergiften hält wirklich lange vor Also Es ist schon Nicht So gut Zusammengefasst Gift ist Nicht gut für dich Nicht gut für dich Geh Ja Mit der Fehler Ja die Affen kann man nicht immer treffen. Ah. Sonnenstein muss ich auswsten. Will ich ab und zu mal was sehen tun. Ich habe sie so geräumt. Ein Giftometer steigt. Ah. Wenn ich ansonsten keine Direktion im Spiel habe, kämpfe ich mich einfach von Bossy zu Bossy. Das Ding hier ist am logischsten. Dabei wollte ich mich heilen. Das klang jetzt aber schon noch Bossy. Ja. Der wohl wunderbarste Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe. Ja. Du hättest es genossen. Genau wie Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde überhaupt keinen Sorgen untergehen. Ah. Ich habe mir schon gedacht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis du ihn findest. Das ist was von meinem Vater übrig ist, als ich erfahren hatte, was sie getan hat. Gibt es keinen Weg, ihn zu retten. Es ist zu spät. Vor einigen Jahren hätte ich vielleicht noch etwas tun können. Klingt ein bisschen nach Darth Vader. Ja. Ja. Aber jetzt, wo du hier bist, denke ich, ist es Zeit. Heißt du jetzt? Ah. Er wird zurückkehren. Spiele, Spiele. Ich weiß, ich tue es auch eher für mich. Ich verspreche, dass ich dich befreie, Vater. Ja. Halt nur noch ein bisschen länger durch. Gut, gut, gut. Was zur Hölle? Okay, die Viecher explodieren aber. Lass mich doch eilen. Ach, deswegen heißt der dunkler Rötter. Er kann Dunkelheit machen. Aua. Gut. Und dann noch hier irgendwas zum Heilen. Nein, noch mal nicht. Die Bombe war gut. Was? Aua. Gut. Na, jetzt ziemlich gut. Ich bin gleich mal weg. Ich bin gleich tot, da kann ich nix gegen tun, ja, aber Er ist machbar. Er ist super machbar Ja, das hier ist das letzte Statue wo ich war. Ist das nicht geil? Ah, ich kann aufsteigen So, und ich sage mal, das war es erstmal wieder von Death's Gambit. Tschüssing